Ein Mann kommt ins Straßenverkehrsamt und sagt zu der jungen Frau am Schalter, Hallo, ich hätte gerne eine rote Nummer. Darauf antwortet sie, tut mir leid, da sind sie zwei Tage zu spät. Was ist der Unterschied zwischen deinem Vater und einem Toten? Wie nennt man einen pünktlichen Chinesen? Was ist die schlimmste Kombination von Krankheiten? Alzheimer und Durchfall, du rennst, aber du weißt nicht wohin. Wer ist bei jedem Wettrennen der langsamste? Putin, weil er kein Gas gibt. Die Polizei hält zwei Polen im Auto an und sagt, wir suchen zwei Autodiebe, da schauen sich die beiden Polen an und sagen, okay, wir machen den Job.